Hallo und willkommen zu einem neuen Tipp-Clip auf iShootU.com. Heute geht es darum, wie ihr von einer solchen SD-Karte oder anderen Speicherkarte gelöschte Dateien wiederherstellen könnt. Es passiert ja manchmal, dass man Daten auf den PC übertragen will und dann sieht, dass man die Karte schon gelöscht hat, formatiert hat, in der Kamera, wie auch immer, oder aber auch, dass durch äußere Einflüsse Daten beschädigt wurden oder gelöscht wurden auf so einem Datenträger. Nun, das ist jetzt kein Grund zur Panik. Es gibt Software, die eben diese Daten wiederherstellen kann. Eine davon bietet der Kartenhersteller Lexa an und Lexa legt auch jeder Karte, die man bei Ihnen kauft, einen Gutschein zur kostenlosen Nutzung dieser hervorragenden Datenrettungssoftware bei. Man kann diese Datenrettungssoftware natürlich auch im Internet noch kaufen. Ich empfehle aber wirklich, dass man das im Rahmen eines Kaufs mit einer solchen SD-Karte oder CF-Karte macht, denn dann gibt es die quasi so als Dreingabe kostenlos noch dazu. Eine Voraussetzung gibt es auch dafür, dass man Dateien wieder löschen kann. Es ist nicht schlimm, wenn eine Karte formatiert wurde oder wenn die Bilder einfach so gelöscht wurden, in den Papierkorb geschoben wurden, aber problematisch wird es immer dann, wenn die Karte wieder neu beschrieben wurde, also wenn die Sektoren auf dem Datenträger wieder mit neuen Daten überschrieben wurden, denn diese können dann nicht wiederhergestellt werden. Deswegen, wenn euch das mal passiert, dass ihr eine Karte irrtümlich formatiert, dann beschreibt diese Karte nicht neu, sondern legt sie sofort in diese Datenrettungssoftware bzw. in einen Kartenleser ein, startet die Datenrettungssoftware und lasst sie einmal darüber laufen. Je nach Größe der Karte dauert das ein Weilchen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Methoden, wie man vor Ort schon einem solchen Datengau vorbeugen kann. Das sind zum einen solche Festplatten, wie diese, die ihr hier gerade seht, die einen integrierten SD-Kartensteckplatz hat, wo ihr dann auch ohne PC Daten vor Ort auf diese Festplatte sichern könnt. Oder aber natürlich bei den Profikameras sind das die doppelten Kartensteckplätze, wo dann auch schon beim Shoot selber automatisch immer ein Backup auf der zweiten Karte abgelegt wird. Also ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Tipp jetzt helfen konnte. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Fotografieren. Bis dahin, man sieht sich. Bis dahin, man sieht sich.